Wenn ich du wäre, würde ich eine Ausfahrt, äh, Autobahn fahren. Wird's mich ja verarschen? Die fährt nicht mehr lange. Das ist die Innenverkleidung, die rappelt da drin, weil wir die nicht festgemacht haben. Alter! Wenn ich du wäre, würde ich jetzt fünf Liegestütze machen. Ich hab klappbar einen Kennzeichenhalter. Was? Was? Einfach Porsche überholt. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt zwei Runden um deinen Roller laufen. Wie dumm, wie dumm. Seine Knie berühren einfach die ganze Zeit den Innenraum. Guckt euch das an. Wenn ich nur wäre, würde ich auf die Fußgänger abholen. Das kannst du keinem erzählen, Junge. Ja, das ist halt. Oh mein Gott, erst eine Runde, Junge. Wenn ich nicht du wäre, würde ich nochmal fünf fahren. Ich fährt jetzt nochmal fünf Runden. Das waren jetzt zwei. Drei. Vier. Fünf. Digger, der ist so bodenlos, ne? Digger. Krank. Richtig gut, Digger. Digger, du kannst das ja voll gut. Der war gut. Der war krass. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Das machen wir. Fahrt zur Polizei und sagt, sie sollen eine Rolle auf Prüfstand stellen. So lange hupen, bis die Person sich aufregt, wenn ich du wäre. Oh nein. Hat sich wer aufgeregt? Hat sich wer aufgeregt? Der vor dir? Echt? Ich glaube schon. Hat die Hand oder so gehoben. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt ohne Hose durch den McDrive fahren. Ey, nee. Okay, okay, warte. Ich filme deinen Kock auch nicht. Ich habe da drunter nämlich noch eine Hose. Wirklich? Oh, du Hurensohn. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einen Insta-Post machen mit dem Traktor zusammen. Stell dich davor, mach Daumen hoch. Lad das hoch. Aber für immer, ne? Du hast hier so eine, wie nennt sich das, Dashcam, oder was? GoPro. Ja, ich bin gerade, wenn ich du wäre, deswegen auch die Idee mit dem Protokoll. Ah, okay. Ja, dann viel Spaß. Danke. Komm. Wenn ich du wäre, dicke Red-Bump bei der Polizeiwaffe. Alles gut, Bruder. Du hatt kurz Herzschnellstand gehabt. Der hat geguckt. Der hat am Fenster geguckt. Wenn ich du wäre, würde ich mich von dir ein bisschen dekorieren lassen. Weißt du, was ich meine? Weil du bist ja ich, ich bin ja du und deswegen machst du, was ich sage und ich mache was. Scheiße, ja. Was hast du dabei? Mach die Augen zu. Mach die Augen auf. Dreh dich. Ich muss das so machen, dass man das sieht. Ja, okay. Okay. Hey. Mach mal über mein Helm. Ich muss noch ein bisschen um die Beine machen. Ich finde, die beste Stelle ist wirklich am Hoden. Du siehst so beschissen aus. Ey, das ist voll eng. Wie denn? Muss das dranbleiben? Das ganze Video. Ey, fick den. Deine Dings ist offen. Ey, ist das peinlich? Ne. Geht. Das sieht so aus, als hätte er so ein Kletterding an. So ein Klettergerüst zum Sichern, weißt du? Das ist wie ein Trink. Ich komme aber auch nicht an mein Handy dran. Mein Handy, wo ist hier denn? Das Zeichen müsste eigentlich hier oben sein. Ja, Bruder, ich kann dir da auch nicht helfen. Wenn ich du wäre, würde ich eine Autobahn fahren. Wenn du das machst, also wäre ich in deiner Position, würde ich das nicht machen, aber ich würde es schon hart fühlen. Naja, lieber nicht. Ja, lieber nicht. Lieber nicht. Dann bin ich mal vernünftig. Wenn ich du wäre, würde ich versuchen, auf Sitz zu stellen ohne Hände an Lenker. Bei der nächsten Gerade versuche ich es nochmal. Auf Sitz halt, ne? Ja, ist halt. Oha, bist du schlecht? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt die ganze Zeit im zweiten Gang auf dem Sitz fahren. Zweiter ist zu lame, lass dritten machen. Ja, dann mach dritter. Genial. Erster, zweiter, dritter. So was könnt ihr denn besser sehen in Nohans Video. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Oh oh. Oh 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 oh. Oh, 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 oh.